Mein Morgen entscheidet sich heute. Doch wir Kinder werden ausgenutzt. Uns wird wehgetan und wir haben nicht genug zu essen. Kinderrechte schützen. Gibst du mir Recht, dann spende für unsere Rechte. Tamina aus Kenia zwölf Jahre. Über 60 Jahre. Gemeinsam wirken. reichgeben.de. Kindernothilfe. Mag sein, okay, okay. Aber Kinderrechte ins Grundgesetz brauchst du nicht so extra zu verankern. Du brauchst nicht noch ein neues Grundgesetz extra für Kinder rauszubringen. Kinder sind Menschen e.V. Guck mal nach. Schlag dir nicht nur einen Rat für den meinen Rat an. Ansonsten haben wir die nächste Scheiße durch die Politik. Yeah, yeah. Kinder sind Menschen. Du brauchst nur nicht ein neues Grundgesetz zu erfinden. Ist einfach so. Was wollen sie damit nur erreichen? Staatlicher Zugriff. Einfach aber. Geht es nicht. Kinder gehören nicht noch mal separiert. Sie sind Menschen so wie du und ich hier. Im Familiengericht wirst du aber merken, da geht es nicht mehr um einen Mensch. Da geht es um eine Sache, um eine Person nicht mehr. Kinder sind doch Menschen, dachte ich dir. Aber beim Affen-FG wohl einfach nicht. Ich meine, das Amtsgericht. Dumme Bitch. Im Amtsgericht sind keine Zeugen erlaubt oder geladen. Frag auch nicht, ob ich selber bin. Laden, der ist eh tot. Sondern das, was ich, der sagt, das hat schon seine Gründe. Denn die haben die Gesetze verdreht. Seit 2012 oder so. Und deswegen ist das halt so, wie es ist. Wir fordern zusammen eine digitale Prozessaufzeichnung. Die Federbewegung, Mütterbewegung.